Musik Wo fahren wir hin? Aufs Boot? Auf welches Boot? Auf ein schönes Boot! Wo bringt es uns hin? Nach Schweden! Und dann weiter? Nichts weiter, dann müssen wir selber fahren. Stimmt! Auf dem Weg nach Norwegen. Wir stehen an der Fähre oder am Fähranleger in Rostock. Schauen wir mal, wie das hier so funktioniert. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Zwei Stunden, glaube ich. Ne, jetzt hätte es sogar über zwei Stunden. 13.45 Uhr ist Abfahrt. Wir sind hier 11.18 Uhr gerade. Insofern haben wir noch Zeit. Aber das Wetter ist schön. Alles Gute! Vielen Dank. Guten Morgen. An Tag 2 hast du gut geschlafen. Wir sind hier in Schweden. Und wo in Schweden? Auf einer Autobahn, 1784 Kilometer vorm Ziel. Wie heißt das Ziel? Lofoten. In der Mitte? Lofoten. Lofoten. Ja. Aber wir haben immer noch nicht Stockholm passiert. Das Ziel? Lofoten. Lofoten. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben gestern an Tag 2 auf der Reise zu den Lofoten 1300 Kilometer geschafft an einem Tag. Insgesamt knapp 2.000 jetzt. Ne, 1.800. Heute stehen bis Nafik noch von hier aus 668 Kilometer an. Und dann sind wir da. Wie geplant, spätestens Sonntag. Heute ist Sonntag. Dann werden wir ankommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Zinkrolle, Schnecke und Kurp. Wir haben Kiruna, oder nicht Kiruna, Kiruna, Kiruna hieß es, verlassen. Wir sind auf dem Weg nach Nafik, kurz vor den Boden. Wir sind auf dem Weg nach Nafik, kurz vor dem Weg nach Nafik, kurz vor dem Weg nach Nafik. Wir sind auf dem Weg nach Nafik, kurz vor dem Weg nach Nafik. Wir sind auf dem Weg nach Nafik, kurz vor dem Weg nach Nafik. Wir sind auf dem Weg nach Nafik. Ja, nicht Schnee. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? W filem in emotions. So wie soll es? We findest? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018